ja ja einsatzbasis greifen sie die feindliche stellung an und sichern sie den nachschub das ist doch schon mal werken sie die informationen an den vorgegebenen standorten verhindern sie dass der feind im besitz der streng geheimschaltpläne kommt das gleiche wie gerade vorhin im endeffekt ja nur andere location genau und andere tageszeit morgenstunden also keine anderen koops das sind ja die die standard koops ja ich habe ich muss dir sagen ich weiß nicht was diese mission was da in was da in begriffen ist wo wir das lichtern gemacht ich würde gerne mal wie es auskriege mit so 8 von hat man ein bisschen dabei jetzt nicht jetzt ja quatsch braucht auch kein mensch am helllichten tag magi macht licht aus niemals dabei und mich naja wenn maki der letzte soldat ist ja den wir in deutschland haben dann kannst du gleich kapitulieren er läuft mit licht auf die feindliche basis zu kam die karte aber hier oben drauf nur schützen also da ist kein sniper irgendwie da nein nur so zu ihnen vor dann müssen wir ein bisschen näher ran kannst du einfach nur sehr genau schießen tot er ist tot aber jetzt können wir das bekommen keinerlei sichtkontakt ich werde getroffen bin tausend mündungsfeuer in der base drinne schmeiß rauch und rück vor das mündungsfeuer schießen ich glaube ich habe es aber wieder erwischt nee da ist noch eine lampe läuft dadurch ging links von der baustelle 2 er läuft doch vor der basis bin am container ich bin am schützenwagen in dem torm steigt darüber verdammte scheiße im torm du bist schon im torm davon ja ja marki schaden vor sieben bekloppt da haben wir das sind sogar gesprungen ok 5 meter weg von ihr fährt fahrzeug hier ja mal langsam wenn wir gleich noch kommen nämlich an tv fahrzeug wieder abc alles in die gleiche richtung wir sollten erst mal die informationen bergen oder naja die müssen wir da jetzt holen müssen wir da jetzt hinfahren war ja hier waren ja noch keine die komische licht an echt kommen wir dann können wir auch zusammenfahren dann nehmen wir einen truck da kommen dann auf in den truck und fertig alle man hinten drin oder sehen mich an daisy und daisy daisy duck daisy duck sind alle drin ja das wupen auf mann oh das war nicht gemalt so bist du ein idiot wir haben es reichen was hat die die italien keine ahnung eine kleine stadt nach der brücke auf die wir zu fahren zu fuß über die wiese gehen alle das ist ja schon weiter noch bis zur kreuzung auf der kreuzung hältst du an ja vielleicht kurz vor der kreuzung dass wir um die kreuzung rumluschern können bei der ersten kreuzung die da ist mit dem hell mit dem dunklen fahrstreifen bei rumluschern ist dann nicht wirklich viel aber wir können hier aufteilen wir können die hälfte links über die straße die andere hälfte rechts über die wiese ja vielleicht oder beziehungsweise die andere straße entlang so wer ist hier bei mir Achtung gegner dahinten gegner dahin sehen ja eine dauerung noch eine dauerung mal nicht so dicht aufeinander ja ich halte mich abstand das sei gerade aus als würde das die von hinten bespringen wir sollten wir jucken wollte auch da läuft die ehemalige bückt hinter dem lkw rechts ist eine haupt seine beine gesehen die wir uns damit ich weiß mich fast gekillt ja granate dann aber den hatte ich mit der granate schon getroffen wer schießt warum hast du noch dass hier eine das sagt es doch maki also du sagst ich ich habe ich gesagt oder denn dann gar nichts alter ja maki hat doch gesagt nicht ich das habe ich verstanden gar nicht auch ich nur ich verstanden auch nur ich verstanden ich auch okay ich bin am download wie du deine selfie time nennst es mir eigentlich ziemlich egal net schade ich wollte dir im detail davon berichten ne danke bitte macht langsam ja ich muss bei waterbox bei den folgen von gestern schon ständig piep jetzt einbauen bei was wir haben gestern waterbox gespielt und die dritte den dritten teil was ich aufgenommen habe gestern da so nebenbei war ja ich sage mal so sehr zensierungsbedürftig also sollen wir keine bösen wörter sagen die du schimpf die piepen muss das kommt mir auf die bösen Wörter drauf an der Bühne noch einer oder lebe es nicht vor dem Pass mit fliegen die schnitzel was mit fliegen was mit Fickern mit Fickern da ist ein Getränk ja ich meine aber nicht das Getränk das schmeckt ecklich ich weiß nicht das habe ich nicht getrunken ich weiß nicht das habe ich nicht getrunken ich sehe ich die Welle Hauptsache man wird besorgen der Rest ist doch egal ja das habe ich auch immer gesagt Alkohlser die du schmecken Alkohlser helfen Straßensperre voraus ja es sind auch nur noch 160 Meter und wollt ihr nicht noch mit Licht an und Hut und Rind fahren ja bitte oh Matto halt jetzt ein beim entstehen ey der kann es nicht lassen ohne Scheiß irgendjemand ist verwundet Endo ich bin tot Friendly Fire das ist hast du dir verdient verheilst du mich gerade ja ja danke du hast gerade doppelsanitätert Schwachhaltrad warte gibt es noch maler Schuss nein schluss jetzt oh hier synchron heilen ja schön schau wer schneller ist von euch so können wir jetzt so nach diversen Waffen gebrauchen und so brauchen wir ja auch nicht mal vorsichtig machen die wissen das bekommen ja ja das war schon nach dem Huben so ja ich wundere dass ich noch keinen sehe von denen aber wir kommen auch glaube ich aus dem ungünstigen Winkel ran das wird Close Combat ich sollte mal nachladen ich hab noch vier Schuss im Magazin auch wer hat Rauch geschmissen ich geh weiter rechts noch ich werf ne richtige Granate ich hab überhaupt keine Granate ich hab ne blaues Licht auf wen wirfst du die Granaten bitte ich bin außerhalb von der Mauer nochmal oh das war Smoke na idiot war nicht äußerst clever oh ich bin hinter links von der Mauer links von der Mauer ich bin down oh ich mit gleich ich gleich mit ich fliege ja warte warte ich chille ich muss nachladen ich kann auch respawn ach wenn ich ganz tot bin oder was äh ja einer down wer liegt hier vorne ich glaub noch einer down wer ist noch am Leben ich 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 hol dich okay hab ihn sehr schön warte komm ich noch eine holen oder bin ich tot 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 glaub ich oder nee ich liege auch noch tot solange das Herz noch pumpt bist du noch am Leben bin auf dem Weg dahin Pit bin auf dem Weg zu dir aber ich hätte irgend so respawn will schon reingekommen deswegen haben wir noch irgendeinen Sunny äh wiederbeleben ja wenn ich gleich wiederbeleben bin tun wollen ich mach upload alter sag doch was jo nade ja uploaden tust du nur wenn du danach ein Kind kriegst ne nachgeburt download egal hauptsache connected so quatsch ok schallpläne sichern 344 meter haben wir es gerade mal ab hier in den laster da ja was steht denn da noch was steht wo noch hä hier vor der kirche steige ein was ist das das ist ein das ist ein unbemanntes fahrzeug achso ja ok war schon ja wer liegt denn da noch achso das ist ein toter festhalten warum weil Mark die fährt voraus ja ok aber warum war da irgendwas ok ich hab's verstanden das war der einzigste Weg das war ziemlich lege ja ja gerade eben schon die standen gerade eben geschissen ne toi was stopp man ok halt an danke bitte ich weiß nicht wie waren das vorhin beim aufsammeln waren das überhaupt gegen ne ich hör ein fahrzeug ich hör Schüsse wer schießt ihn doch ist doch einer im Gebäude drin oder nein Fahrzeug das bin ich Holzköpfe Arschla Alter wer hat mir raus ich hab die Reifen weggeschissen also na PIT ist der Träger, oh Gott, haltet euch vor den PIT-Fan, der ist der Träger, das Virus. Komm mal her, komm mal her, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, so wo müssen wir keine, oder was? Ne, wo müssen wir jetzt hin? Ach da, 211 Meter Richtung Südost. Na dann früher an, ne? Ist ja auch wieder Richtung, auch nicht. Oh, da oben auf dem Berg müssen wir hoch. Genau. Da, jetzt sehe ich es auch. Da kommt doch kein Träger, ihr müsst vorlaufen. Ja, da oben ist kein Schwein. Klar, wir machen den Kugel, fangen wir so ein Ding. Wer hat sich da jetzt gerade verabschiedet? Hannes ist raus. Ach so, Hannes ist raus, okay. Ich habe eine neue Grafikkarte, haben wir eingebaut nämlich und ich habe den zweiten Bildschirm jetzt nicht mehr, weil der Stecker nicht mehr passt. Mach du nichts draus, aber morgen habe ich mal einen dritten nichts mehr. Weil er die Gretsche gemacht hat. Hast du jetzt deine vierten oder was? Nee, ich habe auch keine vierten. Ja, gar keine mehr. Habe ich ja gerade eine Granade gehört? Ja. Nein. Und noch eine. Was zum Geier ist blaues Licht eigentlich? Na, blaues Licht. Blaues Licht macht blaues Licht. Aha. Blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Ja, Klassiker. Ja. Brombo, drei. Ich habe noch grün rauch. Nein, zwei. Und grünes Licht. Drei. Zwei waren in Vietnam und drei waren Afghanistan. Ich gehe direkt auf den Turm hoch. Ich mache einfach so. Wo ist der Träger? Warte, einmal bitte. Geil, hier oben steht sogar ein brennendes Fass. Was? Du hast eine Asitonne da oben? Ja. Ja. Geil da hin. Nee, der Träger muss unten bleiben. Der muss ja Daten übermitteln. Das ist schon klar. Aber wird schön und schön an der Asitonne. Geil. Warte. Wie war denn das? Ey. Ey, du kannst, ich kann es vorher sogar löschen. Nix da. Wie setze ich mich hin? Ey. 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 Geil. Ah. Das ist recht bei uns. Gewöhnt euch an das Leben. Herrlich. So war das ja geplant. Bleib mal sitzen. Bleib mal sitzen. Wir sind ja gerade aufgestanden. Der Rest hat mich ja schon übersehen. Ja. Sitzen bleiben. Das war mein Fehler. Was macht er denn? Bleib mal sitzen. Sitzst du dich nicht hin. Keine Ahnung, ob der, wo der steht. Zapfe, Philipp. Uns, 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 uns. Wer hat er jetzt gerade geworfen? Ich habe Rauch rein oben geworfen. Was so? Bist du jetzt fertig mit dem Upload oder was? Nein. Bist du ein Asi? Wer hat mich gerade geküttelt? Ist es runtergefallen? Ja, ja, klar. Ja. Scheiße. Scheiße. Da unten steht er will. Maki, ich habe dich gerecht. Ich meine, ich hätte die auch so erschossen, aber es war lustig. Boah, du Schweiß. Danke, Endo. Macht ihr das schon wieder? So. Gut, jetzt. Reicht. Sie sind alle gerecht. Ey, Maki. Oh! Was machst du denn da? Hast du mich geschupst? Ich hab die... Alter, ich hab nie wieder von dir weg. Du hast mich geschupst. Stell mich da mal mit her, dass es mal schneller geht. Genau, danke schön. Ah, desto mehr wir dastehen? Ja. Ok, jetzt. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja, ich habe dich auf meine Reile geholt. Ja, ich bin sehr. Ja, ich bin sehr. Ja, ich bin sehr. Ja, ich bin sehr. Untertitelung des ZDF, 2020